So, wenn ich keine weiteren Fragen sehe, dann würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, vielleicht kurz Hallo zu sagen, weil ich sehe da deine Mama. Vielleicht kann man Hallo sagen zu ihr, die da offensichtlich im ÖSV-Büro sitzt. Hallo. Schöne ich gar nicht. Also schau. Alles gut bei dir? Alles gut, genau. Das freut mich, aber das will dazuschauen. Das ist eine Überraschung. Ja. Wir sind gleich dabei, der ist dabei. So soll es sein. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sehe, der Christoph hat aber noch eine Frage. Bitte. Ja, wenn du das jetzt quasi auflegst und die Mama mit ins Boot holst, vielleicht darf man eine Frage an die Mama stellen. Wie sehr ist dir denn das Herz in die Hose gerutscht, wie du gehört hast, dass sie Theresa da einen positiven Test abgeliefert hat? Das glaubt man gar nicht. Also das ist fast unglaubwürdig, dass man sagt, man hat alles dazu beigetragen, dass das genau nicht passiert und dann passiert es doch. Und das ist einfach, wie die Theresa schon gesagt hat, eigentlich ein Drama oder Tragödie. Bei uns ist es, in dem Fall bei der Theresa ist es jetzt gut ausgegangen, aber für die Marita ist es einfach sehr, sehr tragisch und es tut mir wahnsinnig weh. Ich muss mich ganz ehrlich sagen, für jede Athletin, weil wir das selber jetzt erlebt haben, was das heißt. Also, ich muss mich ganz ehrlich sagen, und ich muss mich ganz ehrlich sagen,